Das große Finale. Es gab gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten. Einige sind schon weg, andere wird es heute treffen. Denn es ist soweit, der Bachelor wird sich seine Favoritin erwählen. Die Spannung steigt. Ja, ich bin total aufgeregt. Ich meine, der ist mein Super Mario. Ich habe heute Nacht wirklich geträumt, dass ich die Frau vom Bachelor werde. Ich meine, das ist doch total verrückt, oder? Vor ein paar Wochen, da war ich einfach nur jemand wie du und ich. Und jetzt bin ich, also immer noch wie ich, aber irgendwie anders. Für die drei Finalistinnen Melanie, Tegler und Veronika ist der lang ersehnte große Tag endlich da. Hau weg den Dreck. Möge die Beste gewinnen. Weil ich natürlich. Ich kann jeden haben. Voll klar. Das Finale ist endlich da. Die Nervosität ist mit Händen zu greifen. Wer wird Marios Nummer 1? Und wo ist Mario überhaupt? Ähm, es ist so. Wo ist Mario? Wieso gibt er jetzt die Hose nicht selber? Das wollte ich gerade erzählen. Boah, er ist so süß. Er ist bestimmt schon in die Flitterwochen vorgeflogen wie Mario, ich komme. Nein, nein. Ist ihm was passiert über Mario? Nein, es ist ihm nichts passiert. Ja, aber wo ist er denn dann? Ähm, es ist folgendermaßen. So, liebe Leute, alle einmal herhören. Ich habe etwas zu verkünden. Und zwar habe ich mich verliebt. Und zwar richtig. Mit Gefühlen und alles. Und zwar in Selina. Selina? Es gibt doch überhaupt keine Selina. Doch, bei Tinder. Das war Match auf den ersten Blick. Guck mal, ich habe sogar schon ein Tattoo. Mann, heute ist Finale. Da musst du die letzte Rose verteilen. Ja, das geht aber nicht. Ich habe eine Verabredung. Mach du. Zunächst sieht alles so aus, als würde diese Bachelor-Staffel ein etwas ungewöhnliches Ende nehmen. Doch dann... Mann, ich habe mich mit Selina getroffen. Aber die sah gar nicht aus wie auf dem Foto. Die hat einen Bart und die ist Siegfried. Da habe ich gesagt, du hast gelogen. Oder die... Also, der hat gesagt, du hast auch gelogen. Weil ich gar nicht in der Bundesliga spiele. Aber sie... Seine Lüge war viel schlimmer. Mano, ey. Hallo. 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 Ich bin wieder da. Ich will doch eine von euch. Oder zwei. Hallo.